Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommt der letzte Teil der Highlights der Fortnite Champions Series Woche 1. Ich hoffe, euch gefallen die ganzen Highlights. Es ist immer viel Mühe, weil ich das jetzt alles natürlich am Sonntag schneiden muss, weil ich danach auf Klassenfahrt fahre und schon Sonntagnachmittag, beziehungsweise am Sonntagnachmittag fahren bin. Wenn ihr das Video seht, bin ich ja schon gefahren und bin währenddessen auf Klassenfahrt. Ich habe für euch eine Menge Videos vorproduziert, ihr bekommt jeden Tag ein Video und Freitag gibt es dann auch wieder direkt ein frisches Video und direkt einen Livestream. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Vielleicht haben wir zum Zeitpunkt des Videos auch schon die 100 Abonnenten erreicht, wenn nicht. Dann würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr mir dabei hilft. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Wie viele Punkte man braucht? Keine Ahnung. Beim letzten Mal waren es 99. Das war aber auch viel verschwitzter. Man hatte aber auch 6 Punkte fürs Erste und fürs Letzte Placement bekommen. Ja eben. Das heißt, ich hätte gesagt, mindestens mal 80. Persönliche Schätzung. Ah, wobei. Und jetzt? Oh, ich hab einen. Boah. Ja komm, oh mein Gott, nice. Wichtig, ey. Wär richtig belassen, wenn du jetzt schon tot wärst. Mhm. Ist ja mal einfach doppelt geil. Einmal hier und dann auch noch einfach der Punkt. Oh, ich bin Full Shield. Man findet hier eben halt unendlich Biggys Gefühl. Oh, ich werde gelasert. Ich bin tot. Ja. Komm. Bitte. Alter, was? Er hat so los. Noch ein Pump-Money. Oh, shit. Mad Kid? Bist du was, komm ich. Jetzt geh links unten rein. Unter die Treppe. Jetzt gönnst du dir. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Scheiß auf Pump-Nachladen. Links. Schade noch. Wait, ich glaub, die laufen dem Verrecken. Es bringen doch hier keine Punkte. Easy winnen. Max hat geschrieben, vielleicht, äh, vielleicht bin ich es, ja. Wer weiß. Nee. Max hintergeht uns. Ah, hier, der, kommt ein Trio mit. Oh, meine Waffen. Im Jagdgewehr. Only Jagdgewehr-Challenge. Scheiße, kein Hit. Du bist voll. Oh, lol. Ich hab' ihn gar nicht. Einen, einen hab' ich. Ja. Oh, shit. Komm, raus, raus, raus. Hier, Mini. Ich hab' ihn gebraucht. Hier ist noch ein Trio. Der kann von oben auch kommen. Pass auf. Hier bei mir. Pappi. Ich hab' Max. Nee. Komm, was ist denn hier? Jump, Hände? Hier ist mal richtig Faxen gemacht. Ich, ich bin hier weg. Komm, komm. Du kommst zu mir, komm ich jetzt. Nee, der kommt auch safe zu mir. Ich hab' ne Minigun. Damit kann man schnell das kaputt machen. Ich hab' zehn Granaten. Damit kann man eigentlich auch gut destroyen. Auch zehn Granaten. Nicht ganz abbauen die Bäume. Jetzt sind wir tot. Mal, weil der Roboter hat heilbar. Ich hab' ihn verkeh'n. Ich hab' ihn verkeh'n. Oh, Digga. Aber er kommt nicht. Ja, aber... Alter, warum muss der Sohn dann eigentlich auch noch das Auge machen? Der Roboter wird gepusht. Sehr gut. Er ist down. Ich geh' ganz, ich geh' ganz weit hin. Oder? Ja, Digga. Yeah. Eleven Mossi. Du bist es einfach. Hinter dir noch. Digga. Ja. Roboter. Ist geil. Wir lieben es alles. Nee, jetzt kannst du noch. Also ihr habt richtig viel Skill, muss man schon sagen. Sind richtig krass, Digga. Richtig gute Spieler. Wow, Leute. Ihr seid einfach richtig krass. Richtig krasser Spieler. Irgendjemand hat mal behauptet, dass der Laserstrahl auch noch Damage machen würde. Weißt du, wir hätten vielleicht noch einen Sieg geholt in der Runde. Oder whatever. Wir hätten noch ein paar Kills geholt. Aber nur durch diesen Roboter... Damn. ...einfach nur lächerlich. Weißt du, man hätt sie denn wenigstens doch in Champions Series ganz rausnehmen können. Ich sitz unten. Ich hab Gefahr. Äh, schieße. Meinte ich. Bruder, jetzt müssen wir doch voll rasieren. Nicht das Haus erstellen. Zerstörte Kiste. Nein. Ich möchte die öffnen. Die wird automatisch geöffnet, wenn die zerstört wird. Nein. Nein. Da kommt bestimmt was anderes raus. Äh, 30 sind Gegner. Da. Ja. 100 Damage. Aber was machen wir jetzt? Auf dem Baum. Auf dem Baum. Ey, auf dem Baum ist einer. Nein. Wo ist denn da hin? Oh mein, wo ist der hin? 40er? Absolut low. Ja, und dann... Oh! Der ist... Alter, der bei mir hat so viel hier jetzt. Der hat drei Wigis, irgendwie sechs Saufpacks noch. Ja, ja moin. Ja, ist klar, ne? Alter. Äh, irgendwie 11.000 Stück, ne? Ah ja. Boah, man, die Waffen sind geil. Ich hab ein Lagerfeuer zum Fighten. Place ist einfach. Ist genau so Falle in Tilted Town einfach. Digger. Oh mein, wenn man Fallen setzen könnte, dann ist der so geil. In jedem Haus eine Falle. Oh mein, ich werde überall Fallen setzen. Oh mein, man könnte die mal nicht abbauen. Ja, da müsste man endlich mal Skill beweisen. In dem man die Trigger hat. Aber auf sowas kommt der Big Games gar nicht erst. Ah, aber auf Roboter. Auf sowas kommen die dann, ne? Ja, die wollen ja auch für die Spieler, die nicht so viel Skill haben, ne... Oh, der hat ja Aim! Huh, holy shit, Digga. Ja, nochmal. Gegner bei mir? Direkt bei mir. Lieber mir. Das bin scheiße. Hat ein 88er Headshot. Noch ein 30er. Aber nicht Schild so. Ist Schild broke? Bei mir ist hier... Ey, nee, ich hab... Lass, mach ihn. Weil ich bei mir lege. So ist es... Scheiße. Ist bei dir einer? Ja. Oh! Sie hat ein 100er Grenade-Hit. 100er Grenade-Hit. Oh, Mann. Wie genau ist der denn? In seinen Kisten, glaube ich. Also sind zwei unten. Hau einfach ab und schütt uns. Oder? Der hat ja mal 40 AP. Der andere hier ist richtig low. Dem hat ich schon Schild broke gegeben und da nochmal 100er Grenade-Hit. Ja, das war's. Oh, nein. Oh, nein. Das ist ja. Oh, nein. Das ist ja. Oh, shit. Oh, das sind zwei. Ja, eins ich. Was war's denn noch mit dem Turnier? Ich hab den ersten und den letzten Kill gemacht. Ja. 21 Punkte durch die Eliminierung. Ey, ich kann...